Musik Kommander, Zielerfassung umprogrammiert. Paketen können abgeschossen werden. In Ordnung. Sie haben's gehört. Zurück zum Truck. Zielsuchsystem verbessert. Feuer. Konter bei Interferenzen. Hat sie getroffen? Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und der Reaper steht immer noch. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Kommander, Hammer wird überall überarmt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Kommander. Halten Sie durch. Wir halten nicht mehr lange durch. Alle durchhalten. Wir schaffen das. Die Feinde sind im Anmarsch. Die Feinde sind im Anmarsch. Ja! Heuschrecke! 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 It turns drin to him! Heuschrecke! Heuschrecke! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ziersuchsystem online. Reaper in Reichweite. Feuer! Wir gehen runter! Feuer, sie aus allen Rohren! Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edie. Shepard, wir sind auf dem Weg zu ihrer Position. Verstanden. Shepard, ihr drüben! Gut, sie haben's geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Das Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tegel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir's zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Tegel ist unterwegs. Ich wiederhole. Tegel ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt geht's. Verfügbare Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahlen. Ein direkter Weg, auf den die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Nur eine Handvoll? Wir wussten, dass das ein Wabonk-Spiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemand schafft's allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut. An alle. Jetzt zählt's. Scheiße. Scheiße. Wir müssen weg! Los! 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 Nichts! Gott, sind alle tot. Hat's jemand zum Strahl geschafft? Negativ. Alle Truppen wurden ausgelöscht. Das ist zu viel. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gebäuden. Immer ausgelöscht. Alle Truppen, Rückzug. Einzug! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017